Musik Boah, voll geil die Sache, ey. Ja, stimmt, aber ich mein, eigentlich sollten sie doch bloß verrückt spielen. Und was ist jetzt passiert? Sie sind Zombies. Ja und? Ist doch egal. Das, die Sache war ein Unfall. Das Zeug ist mir runtergefallen. Sorry. Wir helfen uns. Wir helfen uns. Wir helfen uns. Hi, Marla. Hi. Wie konnte das denn passieren? Die haben im Internet irgendwie so eine Seite über Hexenkram aus dem Mittelalter gefunden. Und? Na ja, da sind sie auf so einen VIP-Bereich gekommen und haben sich mit Verrückten in Kontakt gesetzt. Du meinst, sie haben dieses Zauberdings geglaubt? Sie haben es ausprobiert. Und du meinst, dass sie wirklich zaubern können? Nicht zaubern, aber die haben so Rezepte gefunden, so aus Fliegenpilzen und anderen giftigen Zeug. Und du meinst, damit haben sie die Zombies verzaubert? Nicht verzaubert, vergiftet. So wie K.O.-Tröpfchen? Ich glaube so ähnlich, aber ich glaube noch schlimmer. Hier hat der Ist klar, das hast du voll absichtlich gemacht. Ich würde es eher Inspiration nennen. Es war eine saugute Idee. Von mir natürlich. Na ja, auf jeden Fall werden wir jetzt hoffentlich bald was zu lachen haben. Bis zum nächsten Mal.